Oh, ehrlich? Ja, und Zombies bis zum Abwinken. Ach Gott. Bist du narrisch. Narrisch. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Minenschächte, da kann man sich so wunderbar herrlich drin verlaufen. Aber auf der Pfeffel, Pfeffel, ich kann das jetzt nicht aussprechen, Pfeffelinsel, genau. Ja, das sagt man bei uns so. Auf der was, Insel? Pfeffel. Die Kleine, so putziglein. Ach so, das kenn ich nicht, das Wort. Wie? Ach, jetzt hab ich deine Treppe hier weggebaut. Ich trau mich nicht, ich hab nämlich nur ein bisschen Leid. Brauchst du was zu essen? Entweder ist das eine kleine Spinne oder... Okay, kleine Giftspinne. Hast du Essen dabei? Wo bist du denn? Ja, ich kann dir hier so ein Schnitzel anbieten. Ja, wär toll. Ich bräuchte noch zwei, wenn's ginge. Ich hab nur noch eins, dann müssen wir zurückgehen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ich will mir das einmal angucken, hier, das Desaster. Aber lieber auffassen, weil hier sind Gift-Dinger. Hier, warte. Da oben. Dort, wo der Kabelstone ist. Ich bleib mal hier unten. Ah, ja. Ihr habt irgendwie das Gefühl, als würden die Fackeln überhaupt nicht hell machen. Nichts hell machen hier. Egal. So, lass mir zu gucken. Da ist auf jeden Fall ordentlich was los. Ja, ich hab jetzt drei Diamanten und... Aber es muss doch noch nicht unbedingt ein Minenstollen sein, oder? Doch, da hab ich wohl's gesehen. War's schon da drin, oder? Ich hab's von... Wenn du den Kabelstone wegbaust, siehst du das? Ja, ja, ja. Ich verstehe. Du weißt ja, dass man, wenn man sprintet und hilft... Okay, das war jetzt ein bisschen laut für dich, oder? Ich hab auf jeden Fall erst mal gedacht, was ist denn jetzt los? Das ist meine Tastatur. Die hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber sie geht. Sie geht. Ich mein, meine Maus ist jetzt auch keine Gamer-Maus, aber dafür hab ich ein Gamer-Headset. Von Turtle Beach. Ah, ja. Dort hörst du ja auch, wenn hier jetzt von fünf Kilometern Skelett krabbelt. Hörst du das? Ja, so ein Headset hab ich auch, das hab ich eigentlich am Rechner. Creeper? Ja, der ist tot. Hat er was gesprengt? Nee. Gott sei Dank. Nee, der ist hier gleich von 50 Metern runtergejumpt. Achso. So, und jetzt erst mal die Leiter hoch. Hui, der Weg ist aber schon ganz schön lang, ey. Wenn du hüpfst, also wenn du sprintest und hüpfst, bist du schneller. Ach was. Du bist runtergefallen. Peinlich. Was hast du denn da? Ich bin runtergefallen. Ich sammle das mal alles auf gerade. Ja. Das war jetzt echt peinlich. Das ist meine schäbliche Ecke. Leitern sind schwierig. Ja. So, ich glaub, wir müssen erst mal ein paar Kühe umbringen. Ja, ich geh mich mal schämen. Geh du dich mal schämen? Ja. Ich pack mal den ganzen Redstone weg. Und das. Nein. Da. Ach, so viel. Lapislazuli, davon hat man doch genug. Jetzt muss ich hier kurz Waypoints off. Remove. So, remove. At. Schäm dich, Ecke. Da ist die Schämdich, Ecke. Ah. So. Da mach ich hier erstmal Home hin noch. Home. Home. So. So. Elf Diamanten. Dort können wir was machen. Kannst du mal die Items, die ich verloren habe, da reinlegen? Ja, hab ich schon. Also, das war jetzt ja... Was hattest du denn da noch? Die Schaufel hier. Da haben wir eine Schaufel, da haben wir eine Pickaxe. Das Schwert, wahrscheinlich, ne? Das Schwert und eine Axt. Ah ja, die Axt habe ich auch noch. Und das war's. Alles andere habe ich schon irgendwo verknöselt. Ist ja klar. Ich gehe mal ein paar Kühe töten. Wie viele sollen denn übrig bleiben? Na, mindestens zwei, ne? Okay, passt. Oder am besten vier. Passt einfach. Na, töte mal. Gib's ihn richtig. Stehe ab, Dr. Mecou. Mann, die ist voll immer erlauben. Jetzt ist sie voll immer erlauben tot. Na, Hundi? Ach, das kann ich mein Hund. Was, Hundi? Wo ist denn mein Hund hin? Mein kärter Hund? Der gehört dem Marlon. Ach, der. Ich habe nicht herausgefunden, wie sein Name heißt. Ich weiß nicht. Aber ganz am Anfang sagen wir das aber eigentlich, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht mehr. So, haben wir noch Leder vielleicht? Dann könnte ich mir eine Hösse machen. Vier Stück hier. Aber ich glaube, mehr auch nicht. Also. So, ich glaube, ich würde es nicht mehr sehen. Ja, vier Stück rechten Schauen. Wie ein Brustpanzer. Dumm, 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 dumm. Aber wenn es aber noch mehr Leben wäre, würde ich öfters auch mitmachen, also wenn es möglich wäre. Irgendwie ist die Leder-Tunik weiß. Ich weiß jetzt nicht. Boah, wie fett ich da drinnen aus. Guck mal. Ich bring auch noch Kühe rum. Da, guck. Jetzt sind keine mehr drin. Oder? Was ist wo drin? Sind da noch Kühe drinnen? Hier? Ja, klar. Okay, ich höre sie nicht. Von mir sind sie weg. Wie das denn? Keine Ahnung. Die haben wohl Invisible-Cheat. Aber guck, wie fett ich da drinnen ausguck. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Ja. So, habe ich denn noch Dingskirchen? Ist das eine Rote? Ach, zwei Stück. Das ist eine Gelbe. Das ist auch eine Gelbe, ne? Ich will aber eine Rote da. Du willst Blumen? Uh. Ich habe Endermen gehört. Ne, da ist schon eine Blume. Uh. Uh. So. So. Jetzt bin ich sexy. Jetzt gucke ich aus wie so ein Bauer, wenn ich das. Wie rüpfst du denn rum? Da hinten. Rüstung gefärbt. Ich meine, besser ist gar nichts. Na, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt brauche ich hier aber auch mal was zu futtern. Ja, habe ich da reingelegt sogar. Was hast du da in der Hand? Essen. Das guckt bei mir aus wie... Ähm, das ist, glaube ich, wieder rausgekommen. War ein bisschen langer auf dem Ofen. Auf dem Herd. Ist ein bisschen angebrannt. Ich graufe mir mal eine Dingsröße, okay? Eine Eisen. Also außer dem Brustpanzer. Der macht mich männlich. Macht mich männlich. Männlich? Nein, jetzt habe ich zwei Hosen gegrauftet. Für ihn. Ja, ich habe da eigentlich irgendwie so mein System, dass das geht, aber diesmal wollte es nicht gehen. Ja, klappt noch nicht so ganz, das System. So. Das guckt jetzt so richtig stylisch aus. Wo bist du denn? Da. Ich muss hier gerade mal Zeug loswerden, wieder. Bin ich nicht stylisch? Irre. Vor allem mit dem Skin, da haben wir Kohle. Lass mal rausnehmen, Fackeln machen. Jetzt ist auf einmal die Kuh da. Ne. Das verarscht mich. Haben wir da noch Sticks, genau. So. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Wo ist denn das ganze Eisen hin? Da in der Kiste. Ah ja. Es wird schon wieder Nacht. Aber diesmal warten wir noch ein bisschen. Wo habe ich denn die Diamanten hingeschmissen? In die Kiste rein. In die da oben? Ne. Ja, in die da oben. Und so kann ich nicht abbauen. Ach ja. Guck an. Jump, jump. Das ist erstmal eine Diamantenspitz-Axt hier. Äh, Hacker hier. Spitz-Axt. Spitz-Axt. Und. Ein Schavert. Machst du für mich auch gleich ein paar, oder behaltest du die? Weil ich hätte es nicht so nötig, aber wenn es ginge. So. Nur eine Spitzhacke. Ich höre ein Enderman. Und. Ach, weiß ich auch nicht. Zuerst mein Schlaf. Geh mal. Ich tue das mal da und da hin. Da. Gleich mit das raus. Gleich mit das raus. So. Da haben wir's. Eine einsame Fackel. Ein paar Fackeln kann ich auch noch machen. Fackeln habe ich jetzt 48. Das reicht doch nicht. Ich würde dann sagen, dass wir das Haus ein bisschen ausbauen. Hm? Das könnten wir tun, ja. Ein bisschen mehr nach hinten. Welches Haus meinst du jetzt? Ja, das in dem wir gerade sind. Oder lassen wir es so? Warum das hier? Das kannst du ja erstmal alles so lassen. Okay. So. So. Fasche Tage. Mach ich auch jedes Mal. Jetzt interessiert mich ja eigentlich dieser Minenschacht mal ein bisschen. Ach, ich hab noch ein Goldmach. Ja, mich auch. Jetzt könnten wir aber hingehen. Jetzt schmeiß ich da nochmal eben. Auskürstet. Nicht jetzt so ziemlich. Ein bisschen Fleisch noch mitnehmen. Haben wir noch. Ich hab neun Stück. Ja, ich hab sie eben. Das reicht schon. Da kommen wir erstmal ein bisschen mit. Ja. Machen wir Attacke jetzt hier. Äh. Mission. Alles töten. Das war jetzt knapp. Was springst du einfach runter? Und warum steht hier ein Skelett drin? Das ist der Achmed. Wo kam das denn her? Sei nicht so waghalsig, wenn du die Treppen hier runter gehst. Die Leitern meine ich. Das mach ich gerne so. Womm. Feuer ist runter. Erstmal sprinten und dann jumpen. Boah, die Tastatur quietscht. Der Computer gehört zwar meinen Eltern, aber ich benutze. Die dürfen den eigentlich nicht mehr benutzen. Ah, Creeper. Creeper, wollte ich gerade sagen. Oh, der hat hier irgendwas gemacht, das hier Wasser jetzt ist. Ähm. Mittlerweile, finde ich, hörst du dich an wie Kommandokrieger. Wie Kommandokrieger? Ja. Und noch ein Creeper. Wovon, wo kommen die denn? Da ist noch ein bisschen dunkel. Die Saurunde. Hm. Da ist wieder ein Creeper. Ja, ich hör schon. Egal, lass den Creeper ein Creeper sein. Und jumpen wir erstmal weiter. Ich wette, dass ich hol dich noch ein. Ich springe auch. Oh, das sieht man gar nicht. Wie die volldämpfen. Aber ehrlich. Boah, mein ganzes Essen ist weg. Wieso das denn? Ja, das printen und jumpen. Weißt du, was das macht? Ach so, bei mir erstaunlicherweise nicht ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.